Einen schönen guten Abend. Guten Abend, es freut mich, dass Sie alle hier sind. Ich möchte diesmal das Spiel etwas umkehren und den Abend anfangen mit einer Frage an Sie. Wer von Ihnen ist zwischen 20 und 30 oder kennt jemanden zwischen 20 und 30, der oder die sich vom Praktikum zu Praktikum hangelt, obwohl sie gut ausgebildet sind, studiert haben und arbeiten wollen? Es sind nicht so viele, wie ich erwartet hätte. Okay, Dankeschön. Daniel Haini, herzlich willkommen in Wien, herzlich willkommen bei Carte Blanche. Sie sind Kaffeehausbesitzer, würde man in Wien sagen. Besitzer ist vielleicht nicht der richtige... Betreiber, vielleicht. Betreiber, ja, ich bin der Unternehmer eines Kaffeehauses, unter anderem. Passenderweise in einer Bank. In einer Bank, in einer ehemaligen Bank, in Basel, mitten in Basel, in der ehemaligen schweizerischen Volksbank. Passt, oder? Passt sehr gut. Und in diesem Kaffee, Sie haben ungefähr 1000 Gäste pro Tag, aber niemand muss etwas konsumieren. Man kann reinkommen, man kann da sechs Stunden sitzen und keine Tasse Kaffee trinken. Richtig. Als wir dieses Geschäftsmodell entwickelt haben und vorgestellt haben, den Freuden, man muss ja die Sachen testen, haben alle gesagt, jetzt hast du aber wirklich eine völlig bescheuerte Geschäftsidee. Du kannst doch nicht ein Kaffeehaus machen und dann müssen die Gäste nicht konsumieren. Und mittlerweile hat sich gezeigt, das ist ein Riesenbedürfnis. Nämlich in der Innenstadt wird man ja heutzutage nur noch als Konsument betrachtet. Gar nicht mehr als Mensch an sich. Und wir haben gemerkt, also in unserem Kaffeehaus muss man nicht konsumieren, das ist ein Riesenbedürfnis. Ich habe immer den Eindruck, Kaffeehäuser sind eine, gerade in Wien, eine der letzten Bastionen der Zivilisation. Weil auch in Wien man für eine Tasse Kaffee da sechs Stunden sitzen kann. Sie sind einen Schritt weitergegangen. Wir sind jetzt auch im 21. Jahrhundert. In diesem Kaffee prangt ein großer Spruch in goldenen Lettern. Was ist dieser Spruch? Das ist eine Frage. Eine Frage? Eine Frage. Wir sind eben im 21. Jahrhundert. Da stellt man Fragen. Stellen Sie diese Frage. Die Frage ist die Grundeinkommensfrage, die dort gestellt wird. Nämlich, was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Das wird uns heute Abend beschäftigen. Und dieser großartigen Idee eines unbedingten Grundeinkommens. Stellen Sie die Idee überhaupt mal kurz vor in zwei Sächsen, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Es ist eine ganz einfache Idee. Nämlich, jeder Mensch hat ja bereits ein Einkommen. Man könnte sagen, ein Grundeinkommen. Und einen gewissen Teil von dem Einkommen, das jeder Mensch schon hat, braucht er unbedingt. Darüber besteht eigentlich weltweit ein Konsens. Und die Idee jetzt des bedingungslosen Grundeinkommens ist, diesen unbedingten Teil des Einkommens bedingungslos zu machen. Sozusagen eine Durchsetzungsinitiative des allgemeinen gesunden Menschenverstandes. Das waren jetzt drei Sätze. Das waren drei Sätze. Diese Idee klingt bestechend, aber es gibt natürlich alle möglichen Einwände. Vielleicht kann man sagen, in zwei Kategorien. Der erste ist volkswirtschaftlich, mit anderen Worten, wer um Gottes Willen soll das bezahlen. Und der zweite ist ethisch, vielleicht sogar zivilisatorisch, denn wir definieren uns über unsere Arbeit. Wir sind jemand, weil wir Arbeit haben, weil wir Geld dafür bekommen. Und Menschen, die nicht arbeiten, keine Arbeit haben oder bekommen, werden dafür stigmatisiert. Das sind diejenigen, denen wir Almosen geben, die entweder nicht arbeiten wollen oder nicht können. Aber das ist immer etwas Schlechtes. Fangen wir bei den wirtschaftlichen Sachen an, denn das ist sozusagen das sine qua non. Wenn die nicht stimmen, geht gar nichts. Und da ist natürlich die Frage, Sie schlagen vor, Ihre Initiative, über die abgestimmt wird in der Schweiz mit einer Volksabstimmung, schlägt vor, ich glaube, jeder Schweizer soll 1500 Franken bekommen pro Monat. Nein, wir nennen keinen Betrag, sondern wir beschreiben das. Es geht ja um eine Verfassungsinitiative und in einer Verfassung schreibt man nur die Grundsätze fest. Und bezogen auf die Höhe schlagen wir vor, zu schreiben, es muss so hoch sein, dass bedingungslose Gründe kommen, dass man menschenwürdig leben kann und am öffentlichen Leben teilnehmen. Also keine Zahl. Weil wenn Sie eine Zahl sagen, dann beginnen die Menschen gerade zu rechnen. Und das wollen Sie verhindern? Nicht verhindern, ich möchte das Feld offen halten, dass man sich grundsätzliche Gedanken macht und nicht gleich zum Taschenrechner greift. Greifen wir trotzdem mal zum Taschenrechner. Bitte. Nehmen wir mal an, die Summe ist nicht wahnsinnig relevant, irgendwo zwischen 1200 und 1500 Franken oder Euro. Jetzt beim Euro haben Sie es richtig getroffen. Ich würde sagen, im Eurogebiet, Österreich, Wien müsste ein Grunde kommen, 1000, 1500 Euro sein. In der Schweiz sind es ungefähr 2500 Franken. Die Schweiz ist teuer. Gefühlt gleich viel, ja. Gefühlt gleich viel. Eben, dass man menschenwürdig leben kann. Und zu, man kann es ja auch nochmal anders definieren, dass man zu Dingen, die man eigentlich nur mit schlechten Gewissen tut, die man eigentlich nicht wirklich selber verantworten kann, dass man zu solchen Aufgaben Nein sagen kann. So hoch muss das Grundeinkommen sein. Bevor wir darüber kommen, was das mit einer Gesellschaft anstellt. Sie wollen ja rechnen jetzt noch. Was das mit einem Menschenbild anstellt. Genau. Möchte ich noch Ihnen die Frage stellen, wer um Gottes Willen, wenn das überhaupt eine gute Idee ist, darüber unterhalten wir uns gleich, wer soll das überhaupt bezahlen? Das ist enorm für eine Stadt. Ich glaube, in Deutschland wäre das eine Milliarde Euro pro Jahr, die das kosten würde. Ja, tausendmal eine Milliarde wäre es in Deutschland eine Billion. In der Schweiz wären es 200 Milliarden, ungefähr ein Drittel des Bruttosozialproduktes. Das ist eine Menge Geld. Und Ihre Frage ist ja, wer das bezahlt. Und das bedingungslose Grundeinkommen, das würden wir alle bezahlen und das würden wir alle bekommen. Aber ich meine, helfen Sie mir hier, rechnet sich das? Ist es möglich überhaupt? Ja, es ist ein Nullsummenspiel im Prinzip. Was heißt? Weil das bedingungslose Grundeinkommen ist gar kein zusätzliches Einkommen, das man jetzt zusätzlich obendrauf bekommen würde, sondern es ist ein grundsätzliches Einkommen. Und es ist kein, das heißt, jetzt müssen wir wirklich rechnen und denken, das heißt, es würde ja nur das bestehende Einkommen umdefinieren in Grundeinkommen, in bedingungsloses Grundeinkommen. Moment mal. Wir machen ein Rechenbeispiel. Nehmen wir an, jemand hat ein Erwerbseinkommen von 3000 Euro, so durchschnittlich. Jetzt gäbe es ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro. Dann hätte der immer noch gleich viel, diese Person, immer noch 3000 Euro. Dass sein Gesamteinkommen würde sich nur neu anders zusammensetzen, nämlich aus dem Grundeinkommen 1000 Euro und aus dem Erwerbseinkommen 2000 Euro. Dass höher besteuert würde, oder? Mit den Steuern, da kommen wir später, wenn Sie wollen. Aber jetzt mal einfach der Gedanke, es ist, wie Sie sehen, nicht mehr Geld. Deshalb müssen wir nicht mehr Geld drucken. Aber ich verstehe nicht, warum diese 3000 Euro nicht mehr werden, warum es nicht 4000 Euro werden. Ja, weil die Idee des bedingungslosen Grundeinkommen ist, wie ich anfangs gesagt habe, den Teil, den man schon hat an Grundeinkommen und unbedingt braucht, den Teil neu bedingungslos zu gewähren. Also nicht mehr Geld, kein zusätzliches Einkommen. Ist das verständlich? Mir nicht ganz im Moment. Nicht? Soll ich ein Beispiel nehmen von jemandem, der 10.000 Euro Einkommen hat? Ich weiß nicht, ob die unterschiedliche Höhe viel hilft. Bei jemandem, der 10.000 Euro Einkommen hätte, würde dann einfach das erste 1000, was heute wahrscheinlich ein Erwerbseinkommen wäre, würde zu bedingungslosen Grundeinkommen. Er hätte weiterhin 10.000 Euro, also nicht mehr Geld. Und deshalb ist die Finanzierungsfrage, die Sie ja berechtigterweise stellen, nicht die Frage, wie wir zusätzliches Geld beschaffen, damit wir dieses bedingungslose Grundeinkommen bezahlen können, sondern was das bewirken würde. Was würde das bewirken, wenn die Existenz tatsächlich neu bedingungslos wäre? Würden die Menschen dann unproduktiver werden? Würden die in den Hängematten sich es bequem machen? Was würde passieren? Würden die die Dienstleistungen nicht mehr erbringen? Dann könnte man sagen, wenn dann alle faul werden, ja, dann können wir es nicht finanzieren, weil wir haben dann keine Güter- und Dienstleistungen mehr. Die andere Perspektive ist, ah, das würde vielleicht eine Dynamik auslösen, das würde vielleicht sogar Produktivität freisetzen. Und jetzt nicht nur eine quantitative Produktivität, sondern wahrscheinlich eine qualitative Produktivität. Sie galoppieren voraus. Ich möchte noch mal dazu zurückkommen. Ich habe mich mal unterhalten mit einem Ökonomen. Und das Interessante am unbedingten Grundeinkommen ist, es hat sowohl Befürworter als auch Gegner durchs ganze politische Spektrum. Es gibt viele Linke, die es gerne mögen, es gibt Libertäre, die es gerne mögen, es gibt auch sehr konservative, rechtsaußen-konservative, die keine Rechtspopulisten... Das sind die Neoliberalen, da kommen wir vielleicht drauf, da muss man aufpassen. Aber die mögen es auch gerne. Ja, aber die wollen es missbrauchen. Die wollen nämlich, die Neoliberalen, die wollen, sagen sie, okay, wir machen ein bedingungsloses Grundeinkommen, das setzen wir aber tief an und rasieren alle bestehenden Sozialwerke damit weg. Das ist ein Missbrauch dieser Idee. Da müssen wir aufmerksam sein. Eben, aber deswegen geht es mir darum, dass wir am Anfang dieses Gesprächs ein paar Details festnageln. Dieser Ökonom sagte, wie sich das bezahlen lässt, ist ganz einfach. Im Moment haben wir eine gigantische Administration, die Renten- und Arbeitslosenversicherung und Kindergeld und all die Zahlungen, die Staaten an Menschen machen, mit verschiedenen Abzügen und verschiedenen progressiven Formeln berechnen und dann irgendwie verteilen. Und das kostet wahnsinnig viel Geld. Wenn wir uns die sparen, dann haben wir das schon finanziert. Ja, das ist so ein bisschen Grundeinkommensbefürworter dieser Ökonom, oder? Weil das ist natürlich nicht die Idee. Die Grundeinkommensidee ist keine Sparübung. Ausser vielleicht jetzt in dem Fall, den Sie schildern, könnte man diese unnötige Kontrolle sich einsparen, damit aber nicht das Geld einsparen, weil diese Menschen, die diese, ich sage jetzt, unnötige Kontrolle ausüben müssen, die brauchen ja weiterhin ein Einkommen. Nur könnten die dann etwas anderes tun, vielleicht etwas Produktives. Weil Kontrolle ist nicht wertschöpfend. Ich weiß nicht, ob wir beiden heute Abend entscheiden können, wie das tatsächlich, ob das tatsächlich zu finanzieren ist. Überzeugt bin ich von dem, was Sie da gesagt haben, noch nicht ganz. Aber ich bin auch kein Ökonom und es gibt Ökonomen, die sagen, es ist einfach und es gibt Ökonomen, die sagen, es ist unmöglich. Das heißt, wie jede vernünftige Frage, ist die unsicher. Und was nur sicher ist, es ist ein gigantisches Experiment. Aber es gibt noch einen Faktor, der wichtig ist und deswegen habe ich Ihnen vorhin diese Frage gestellt. Und dieser Faktor heißt Automatisierung. Es gibt gute wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, dass innerhalb von 30 Jahren zwischen 30 und 50 Prozent unserer Jobs wegbrechen. Das fängt an bei Hilfsarbeitern und Taxifahren, geht bis zu Chirurgen und Steuerberatern und Anwälten. Denn diese Sachen können letztendlich alle genauso gut oder besser von Robotern gemacht werden und von Algorithmen und natürlich viel billiger. Das heißt, wir steuern in entwickelten Ländern auf Gesellschaften zu, in denen immer weniger Menschen Arbeit haben werden, überhaupt. Jetzt würde mich interessieren, was Ihr Arbeitsbegriff ist. Ich vermute, Sie meinen... Erwerbsarbeit. Erwerbsarbeit, genau. Aber es gibt doch so viel Arbeit, wie es Menschen gibt. Das ist vielleicht richtig, aber Erwerbsarbeit, das sieht man jetzt schon. Wir haben immer noch Politiker, die Vollbeschäftigung anstreben. Und das ist inzwischen ein völlig utopisches Ziel geworden. Denn schon jetzt ist es so, die Menschen, die keine Arbeit haben, es ist grausam, das zu sagen, aber es ist so, für die hat die Wirtschaft keine Verwendung mehr. Und das werden mehr werden. Es gibt in Deutschland eine Grunderkommensinitiative, die heißt Freiheit statt Vollbeschäftigung. Und das heißt, das ist das Argument von vielen rechten Ökonomen, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, denn sonst haben wir keine Konsumenten mehr. Sonst haben wir niemanden mehr, die all die großartigen Produkte kauft, die wir produzieren. Und sonst falten sich unsere Wirtschaften zusammen. Sehen Sie, jetzt galoppieren Sie voraus. Wir machen so ein kleines Rennen. Ja, ja, man könnte ja dann auf das kommen. Ich habe ja vorhin das mal offengelegt als Panorama, was würde dann passieren, ausgehend von der Finanzierung, weil die Finanzierungsfrage ist eben, was würde das in der Produktivität bewirken? Ja, gut, aber das ist eine hypothetische Frage. Ja, was würde es bewirken, oder? Und jetzt kommt dieser andere Gesichtspunkt, wo Sie jetzt vorauseilen, oder? Ja, wir haben ja gar kein Produktionsproblem. Und gewisse, Sie haben gesagt, eher rechte Ökonomen, Experten, die haben das schon geschnallt, oder? Und die sagen, also in Zukunft haben wir kein Produktionsproblem, sondern wir haben ein Absatzproblem. Und deshalb müssen wir von der Wirtschaft dafür sorgen, dass die Menschen mit Einkommen ausgestattet sind, weil sonst können die Menschen unsere Produkte gar nicht mehr kaufen. Und damit haben wir jetzt, und das ist mir ganz recht, die Moraldebatte schnell übergaloppiert. Nein, zur Moraldebatte möchte ich gerne zurückkommen, aber es hat auch in Österreich ja mal eine Initiative gegeben für eine Maschinensteuer, die ist damals nicht durchgekommen. Aber wäre das das, was das im Prinzip heißt? Dass man diese Roboter und Algorithmen, die produktiv sind, und Geld für jemanden erwirtschaften, so besteuert, wie man sonst menschliche Arbeit besteuert hätte? Genau, das kann man ja so beschreiben. Und im Kern ist es schon richtig, ja. Also wir haben eine so hohe Produktivität, dass es gar keinen Sinn macht, dieses alte Konzept der Erwerbsarbeit daran festzuhalten. Aber es macht vielleicht Sinn, sich zu fragen, oder wir uns jetzt zu fragen, warum wir das immer noch tun. Was ist dann in diesem Erwerbsarbeitsding, sage ich mal, drin? Hat das vielleicht mit Disziplinierung zu tun? Warum halten wir fest daran, die Menschen müssen um 9 Uhr wo antreten und um 5 Uhr nach Hause? Da gab es mal jemanden, der hier ist Max Weber. Ob schon es gar nicht mehr nötig ist. Max Weber, ja? Die protestantische Arbeitsethik, das sitzt uns tief in den Knochen, sogar in katholischen Ländern. Genau, genau. Das ist... Und da sehen Sie, wie elegant diese Idee ist, des bedingungslosen Grunderkommens, man könnte sagen, ideologiefrei. Das ist das... Ja, oder hochideologisch, denn es würde natürlich unsere Gesellschaften wirklich umkrempeln. Es würde sie umkrempeln, es würde sie einfach, es würde die Menschlichkeit freisetzen. Nun habe ich einen kleinen Verdacht. Aha. Dachte ich mir. Dachte sie sich. Ich interessiere mich für die Aufklärung. Ja. Und meine geliebten Aufklärer, die waren immer der Ansicht, wenn man Menschen nur befreit von dem Joch, unter dem sie sind, dem Joch der Kirche, dem Joch der ungerechten Steuern und der Adelsherrschaft, dem Joch des Aberglaubens, des Unwissens und so weiter, dann werden sie sich entfalten. Dann werden sie lesen und ins Theater gehen und Kunst produzieren und dann werden sie auf eine ganz andere Art Mensch. Das haben auch die Sozialisten geglaubt, das war auch hier in Wien, ich meine, die Gemeindebauten, es gibt Gemeindebauten, die haben Theater drin, es gab Bibliotheken darin, diese Arbeiterkultur, die Arbeitererziehung, das war Arbeiterbildung, das war ein ganz wichtiger Zweig des Sozialismus und das geht direkt zurück auf die Aufklärung. Was die Aufklärer sich nicht vorausgesehen haben, ist, dass wenn man Menschen befreit von dem Joch, dass sie dann auf dem Hintern sitzen und Fernsehen schauen und Chips essen. Das scheint eine Wahl zu sein. Das war das schon, oder? Bitte? Das war das schon. Die Chips und Fernsehen waren eher schwierig. Aber ich meine, das Prinzip, das wäre, glaube ich, ich weiß nicht, was man damals gemacht hätte. Man hätte Würzhaus Würfel gespielt. Aber, ähm... Darf ich was zu den Sozialisten sagen? Bitte, ich bitte. Also, die Sozialisten sind aufklärt, okay, das müsste man vielleicht nochmal diskutieren, aber was sicher ist, ist, dass die Sozialisten einen riesengroßen Fehler gemacht haben. Die haben nämlich an der Arbeitspflicht festgehalten. Da war zwar genug da für alle, aber es gab die Pflicht zur Arbeit. Und das war die Folge, wir konnten es alle beobachten, also ich war vor 89 in der DDR mal, die Regale waren leer. Warum ist das eine Folge? Ja, weil sie eine Arbeitspflicht hatten. Und den Menschen eben zur Arbeit zu verpflichten, raubt ihm seine Motivation. Und das Aufklärerische, das Freisetzende des bedingungslosen Grunderkommens, wäre eben darauf zu verzichten. Und da sehen Sie, ich sage wieder, es ist etwas Elegantes, das bedingungslose Grunderkommens ist, wenn Sie schon behaupten wollen, es sei eine Ideologie, eine Ideologie, die nicht mehr sagt den Menschen, was sie tun sollen. Und deshalb meine ich, kann ich zu Recht sagen, sie ist ideologiefrei. Das war im Sozialismus überhaupt nicht so. Sie meinen, Sie sind der Ansicht, wie die Aufklärer, dass sich Menschen dann ganz neu entfalten würden. Dass es dann eine ganz andere Art von Gesellschaft wachsen würde. Das wollen wir doch bitte den Menschen überlassen, was sie dann tun. Das heißt, was sind Ihre Hoffnungen, was sind Ihre vielleicht auch Befürchtungen bei so einem Modell? Vielleicht eine kleine Hoffnung ist, dass die Menschen dann weniger Ausreden haben, das, was sie wollen, nicht zu tun. Das ist eine Zumutung. Ja, aber heute ist es doch so, die Menschen haben Ideen, sie möchten Dinge machen, sie tun sie nicht, weil sie müssen ja der Erwerbsarbeit nachgehen oder die, die keine mehr haben, müssen aufs Amt gehen und dort nachweisen, dass sie nicht arbeiten. So eine Absurdität, oder? Und das bedingungslose Gründerkommen ist quasi, ich sage es gern, wir stehen auf dem Schlauch, oft in unserer Gesellschaft. und das bedingungslose Gründerkommen und sagen, steh einfach mal weg vom Schlauch, damit es fliessen kann. Also es ist nicht eine kämpferische, eine revolutionäre Idee, sondern es ist der Vorschlag, steh mir einfach mal weg vom Schlauch. Wo würde das hingehen, meinen Sie? Sie sagen, das wollen wir doch bitte den Menschen selbst überlassen, aber Sie haben sicherlich Hoffnungen dafür. Und es ist sicherlich genau diese Tatsache, dass der Arbeitszwang aufgegeben wird, dass Arbeit sozusagen auch entmoralisiert wird, weil es eben nicht mehr das ist, was man tun muss, um ein anständiger Mensch zu sein, sondern etwas ist, was man tun kann. Was meinen Sie, was das bewirken würde? Ich glaube, der Weg ist, dass wir wirklich, es ist fast wie ein schwarzes Loch, wir wollen, wir sagen, okay, wir lassen es frei, aber wir bestimmen nicht, was zu tun ist nachher. Und das macht uns so wahnsinnig Mühe. Freiheitlich möchten wir ja alle sein, aber das jetzt wirklich zu vollziehen, dass wir etwas freigeben und nicht bestimmen, was dann damit zu tun ist, ich glaube, aber das ist die größte Herausforderung. Und die zeigt sich eben an diesem kleinen Wort der Bedingungslosigkeit, Sie sagen das Unbedingte. Das macht uns so wahnsinnig Probleme im Kopf. Ist das nur, was heißt nur, ist das 2000 Jahre Christentum, das uns diese Probleme macht im Kopf? Kann sein, aber in der Gegenwart ist es die Frage an jeden, ich stelle sie jetzt Ihnen, werden Sie bereit, darauf zu verzichten, bestimmen zu wollen, was die anderen zu tun haben? Ich habe kein Interesse zu bestimmen, was andere Menschen zu tun haben. Wären Sie bereit, dazu zu sagen, ich gewährleiste die Existenz meiner Mitmenschen bedingungslos? Oder möchten Sie doch lieber Bedingungen stellen an die Existenz Ihrer Mitmenschen? Sie stellen mir diese Frage, meine Meinung dazu ist, glaube ich, nicht besonders relevant hier. Es ist nur exemplarisch, weil diese Frage stellt, dass bedingungslose Gründe kommen an alle Menschen. Bist du bereit, die Existenz deiner Mitmenschen bedingungslos zu gewähren? Und die ist so schwer zu beantworten. Also, ein Ja zu sagen dazu, ist so schwer, weil wir sind uns das nicht gewohnt. Gerade wenn es um Geld geht, wenn wir Geld haben, ist immer eine Bestimmung. Wir zahlen, es ist immer eine Bestimmung. Und jetzt kommt da am Anfang vom 21. Jahrhundert diese Idee der Bedingungslosigkeit. Und da müssen wir das ganz oft miteinander diskutieren und üben und besprechen. Wehe, ein Kaiser würde das bedingungslose Gründerkommen einführen, das wäre ganz schrecklich. Sondern wir miteinander müssen das tun. Dann kann es klappen. Was bekommen Sie in der Schweiz für Reaktionen auf diese Initiative? Ganz, das ganze Spektrum. Von bis? Von bis, du spinnst, also Spinner, Utopie, geht überhaupt nicht und so, bis Menschen, die in Lebenssituationen sind, wo sie tatsächlich am Leiden sind, wo sie stigmatisiert sind, die wären natürlich einfach noch so froh, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Dann aber auch viele, die einfach auch nachdenken und den Charme dieser Idee entdecken lernen. Es ist das ganze Spektrum. Das Grundeinkommen ist sicherlich ein Modell. Es ist ein Modell, das es in Modellversuchen schon oft gegeben hat. In Afrika, es gibt in den Niederlanden mehrere Modellversuche. Es hat auch in Kanada einen Modellversuch gegeben, der da nie ausgewertet wurde, weil das Geld ausgegangen ist. Es ist aber noch nie wirklich weit umgesetzt worden. Wie meinen Sie, würde das tatsächlich konkret eine Gesellschaft beeinflussen, wenn das so wäre? Sie möchten jetzt schon wissen, wie es nachher ist. Aber das können wir ja nicht sagen. Nein, nein, aber Sie müssen ja eine Idee davon haben. Ja, ich habe eben die Idee der Bedingungslosigkeit. Und die ist so, die ist so, wie soll ich sagen, die trifft auf den Menschen. Weil jetzt sagen nicht wir oder irgendjemand sagt oder die Politik, was zu tun ist, sondern das sagt dann jedem mehr, ein bisschen mehr. Man muss ja auch nochmal erwähnen, es geht nur um das Grundeinkommen. Es geht ja nicht um das gesamte Einkommen. Es ist ja nur das Grundeinkommen. Das, was man ohnehin unbedingt braucht, vielleicht passiert auch gar nicht viel. Ich glaube, was ich... Oder, aber warum ist man dann dagegen? Man ist ja nicht dagegen. Doch, man ist mehrheitlich dagegen. Also gross mehrheitlich, in der Schweiz, in Österreich wird es nicht anders sein, ist man mehrheitlich dagegen. Noch. Ist das die ökonomische oder die moralische Frage, die Menschen am meisten zögern lässt? Nur die moralische übrigens. Also die ökonomische, das ist meistens nur ein Stellvertreter-Argument, weil im Hintergrund ist das moralische. Und das moralische möchte man nicht sagen, oder? Man sagt, man ist nicht finanzierbar. Schöne Idee ist leider nicht finanzierbar. Ist aber nicht so. Natürlich ist es finanzierbar. Weil dieses moralische dahinter, das möchte man nicht zeigen, oder? Und wenn man die Debatten noch ein bisschen vergleicht, wir haben ja durch die Schweizer Volksinitiative, wir haben dort ein Bild geschaffen, nämlich wir haben, das ist übrigens auf dem Cover des Buches, das ich zusammen mit Philipp Kovtsche geschrieben habe, Was fehlt, wenn alles da ist? Wir haben auf dem Berner Bundesplatz zur Einreichung der Unterschriften für die Volksinitiative haben wir 8 Millionen 5 Reppler, kleine Schweizer Münzen, 5 Cent, ausgeschüttet mit einem Lastwagen, mit einem Keyskipper. Es waren 15 Tonnen. Und dieses Bild ging um die Welt und die USA gehörte ja auch zu unserer Welt und dort wurde das wahrgenommen und hat in den USA, da hat man ja diese Idee des Grunderkommens in den 70er Jahren diskutiert, hat eine neue Debatte angestossen, auch in den USA und wir kennen diese Debatte, wir studieren die sehr intensiv, ist sehr interessant und jetzt kann man das vergleichen, in den USA ist die Debatte viel weniger moralisch als hier in unserem alten Europa. In den USA spricht man viel pragmatischer über diese Idee. In den USA gibt es auch das Narrativ eben der Freiheit, des Selfmade Man, dass der Tellerwäscher Millionär werden kann. Man traut sich viel mehr zu. Und wir haben übrigens in Washington eine Umfrage gemacht und die hat ein ganz anderes Resultat gezeigt als die Umfrage in der Schweiz. Nämlich, dass in den USA bereits das auf der Kippe ist. 50% der Befragten können sich so eine Idee, eine Gesellschaft mit einem bedingungslosen Grunderkommen durchaus vorstellen, die andere Hälfte eher nicht. In der Schweiz sind diese Werte noch viel niedriger. Konkret, wie viel sind das im Moment? Ja, das sehen wir dann am 5. Juni, wenn die Abstimmung ist. Aber ich kann Ihnen schon noch, wir haben in der Schweiz auch umgefragt und da haben wir zum Beispiel das Argument gefragt, die Frage gefragt, was wäre das, würden Sie dann aufhören zu arbeiten, wenn es das gäbe? und da haben 98% gesagt, nein, beziehungsweise nur 2% hat gesagt, wir würden bestimmt aufhören zu arbeiten. Also dieses Argument, dass das ein Fehlanreiz sei, dass die Menschen faul seien, das sticht gar nicht. Wir haben auch die Gegenfrage gestellt, was denkt ihr, wie wäre es bei den anderen? Sehr hoher Wert. Ich möchte mit Ihnen gerne noch mal über Arbeit sprechen und unseren Arbeitsbegriff. In der Enzyklopädie von Lideron d'Alembert wird Arbeit beschrieben mit dem schönen alten französischen Wort Beusogne. Das ist also eine Bürde, eine lästige Pflicht. Das heißt, da ist noch kein Funke von dieser protestantischen Arbeitsethik, die sagt, du bist, was du arbeitest. Du hast dein Gehalt, du hast deine Position und man fragt den ersten, was machen sie denn so beruflich, sondern um ihn einschätzen zu können, irgendwo tarieren zu können, sondern da ist Arbeit noch eine lästige Pflicht, die man leider erfüllen muss, wenn man nicht adlich oder reich genug ist, aber eigentlich ist sozusagen die menschliche Ambition, sich davon loszulösen. Hat eine negative Konnotation. Arbeit ist mühsal. Ja, da hatte es das rein. Vielleicht auch noch zu Recht in dieser Zeit. Vielleicht auch noch zu Recht. Da lebten wir noch nicht im Überfluss. Aber was hat sich getan mit diesem Arbeitsbegriff? Warum ist er so zentral für uns? Ich finde die Frage ganz wichtig, ganz zentral. Und meine These ist, auf der Arbeit liegt wie eine Art ein Fluch. Dass Arbeit eben was Unschönes ist, dass man auch nicht gerne machen tut und deshalb dazu verpflichtet werden muss. Im 20. Jahrhundert ist ja was ganz Schlimmes passiert, dass man gerade diesen Arbeitsbegriff, ich glaube, es ist die grösste Verdrehung von einem Wort, das es überhaupt je mal gegeben hat, dass man ein Arbeitslager überschrieben hat, am Eingang mit dem Satz das Arbeit würde freimachen. Das war ein Vernichtungslager. Das war ein Vernichtungslager. Grauenhaft. Und dort ist eine grauenhafte Begriffsverdrehung, ich sage, es liegt ein Fluch darauf. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe jetzt, diesen Fluch aufzulösen und zu sehen, dass Arbeit ist natürlich das Menschliche schlechthin. Arbeit ist nicht Erwerbsarbeit, Arbeit ist sinnvolle Tätigkeit. Und das ernährt uns nicht nur das, was bei der Arbeit an Produkten rausspringt. Glück ist das Nebenprodukt sinnvollen Tuns. Meinen Sie, dass es möglich ist, uns, dass wir diese Arbeit, denn damit wäre auch Unglück das Nebenprodukt sinnlosen Tuns. Meinen Sie, dass sich Menschen diese Arbeit so aneignen könnten, dass es dann tatsächlich ihr Leben, ihre Beziehung zu ihrer Tätigkeit und damit auch zu anderen Menschen verändern könnte? Ja, das glaube ich, aber nicht blind, sondern das ist meine Erfahrung. Inwiefern? Es ist die Erfahrung, wenn ich beobachte, wie meine Kinder sind, wo es das ja zunächst noch gar nicht gibt, diese Arbeitspflicht. es ist die Erfahrung im Kaffeehaus, im Team mit den Mitarbeitern, wo wir übrigens immer darauf schauen beim Vorstellungsgespräch, was ist das Motiv zur Mitarbeit im Unternehmen Mitte? Und wenn wir da spüren, eigentlich ist das Motiv, Geld zu verdienen, also ein Fremdmotiv, sagen wir eher ab. Und wir suchen Menschen, die mitarbeiten, wegen dieser Arbeit, die wir dort machen, das ist vor allem Gastgeberschaft. Und gerade in der Gastgeberschaft kann man ja feststellen, ein Gastgeber oder eine Gastgeberin, die das gar nicht gerne tut, hat schlechte Voraussetzungen, eine gute Gastgeberin zu sein. Aber übertragen Sie diesen Qualitätsmoment, den ich damit beschreibe, auf alle anderen Tätigkeiten auch. Also geben wir doch endlich die Existenz, mindestens die Existenz, von den Bedingungen frei. Geben wir die Existenz von den Bedingungen frei und sagen Sie, und damit hängt auch zusammen, dass Arbeit, die eine ungeliebte Pflicht wird, Sie haben gesagt, es gibt so viel Arbeit, wie es Menschen gibt, mit anderen Worten, jeder kann selber sich Arbeit schaffen, selber etwas Sinnvolles tun mit seiner Zeit, dann verschwimmen auch ein bisschen die Grenzen zwischen Arbeit und Spiel. Aber gleichzeitig ist diese Entschuldigen Sie, ich muss noch mal anfangen, ich muss diese Frage noch mal anfangen. Wenn in unseren Gesellschaften tatsächlich die Erwerbsarbeit wegbricht für Menschen, dann wird Arbeit auch zu einem Privileg. Dann wird es zu einem Privileg. Die Erwerbsarbeit, meinen Sie? Ja. Erwerbsarbeit. Arbeit überhaupt. Wenn es weniger Arbeit für Menschen gibt. Aber jetzt Erwerbsarbeit oder Arbein? Ich würde sagen, Erwerbsarbeit. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Aber ich hänge vielleicht immer noch an diesem etwas ökonomischen Argument, dass es auch eine Notwendigkeit gibt dafür, über alternative Modelle nachzudenken, wie Gesellschaften leben können, weil wir gar nicht mehr allen Menschen die Möglichkeit geben können, ihre eigene Erwerbsarbeit zu haben, ihr eigenes Leben zu finanzieren. Und dann wird Arbeit von einer ungeliebten Pflicht zu so etwas wie einem Privileg. Dann werden wir die noch Arbeit haben, vielleicht nicht mehr so viel, vielleicht von einer anderen Art. Das ist dann etwas Besonderes. Genau. Diese Geschichte würde so gehen, wenn wir jetzt eben die Existenz nicht freigeben. Wenn wir kein bedingungsloses Grunderkommen haben, wird es genauso kommen. Dass plötzlich die Erwerbsarbeit das Begehrteste ist, was es überhaupt gibt, weil nur damit kann man sich seine Existenz sichern. Und das wäre doch ganz, darf ich das Wort hier brauchen, ganz dumm, das zu tun. Es wäre doch so intelligent, es freizusetzen. Was mich interessiert ist das, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Arbeit ist auch ein großes Mittel zur sozialen Kontrolle. Menschen sozusagen unter dem Daumen zu halten, sie zu gewissen Verhaltensweisen zu zwingen. Eine Disziplinierungsmaßnahme. Eine Disziplinierungsmaßnahme. Ja. die sollte mir vielleicht aufhören. Es erinnert mich ein bisschen... Warum möchten Sie daran freihalten, was ich Ihnen gar nicht unterschieben will? Das sollten Sie mir auch nicht unterstellen. Was macht das? Böse oder vielleicht auch kluge Menschen sagen, so werden amerikanische Gefängnisse gebraucht, gerade im Hinblick auf junge schwarze Männer. Es ist eine Kontrollmaßnahme, es ist eine Disziplinierungsmaßnahme. Deswegen ist es eine gigantische Gefängnispopulation, es macht natürlich auch Geld für Leute. Aber wenn wir tatsächlich dieses Element der sozialen Kontrolle aufgeben, was meinen Sie, in welche Richtung sich das entwickeln würde? Ja, zu einer Dynamisierung und Entfaltung und Vielfalt und Pluralität und ein Schritt weiter in der Demokratisierung, Demokratie auch in der Arbeit. Wunderbar. Demokratie in der Arbeit, inwiefern? Ja, ich bestimme selber, was ich tue. Das ist Demokratie des Individuums? Ja. Inwiefern würde das wir haben uns vorhin unterhalten in der Garderobe vor der Diskussion über die natürlich über die Volksabstimmung und auch über die direkte Demokratie und Sie sind sehr überzeugt davon, dass das das beste demokratische System ist, was die Schweiz hat, also die Bevölkerung selbst abstimmen zu lassen, direkt über solche Dinge. Ja, weil dann fühle ich als Schweizer mich als souverän. Ich bin kein Betroffener. Meinen Sie, andere Länder haben Angst vor ihren Bevölkerung, dass sie sie nicht fragen? Ja, ich denke, das ist so und geschichtlich zum Teil auch begründet, oder? Also ich meine, diese Autonomie, diese Selbstbestimmung bezogen auf die Arbeit, auf mein Menschsein, auf meine Biografie, ich gestalte meine Biografie souverän selber und deshalb sage ich auch, ist es ein weiterer Schritt in der Demokratie? Katja Kipping, die Vorsitzende der Linken in Deutschland, nennt es eine Demokratiepauschale, das bedingungslose Grunderkommen, das finde ich sehr sinnig. Das heißt also, die Kontrolle, die Arbeit ausübt auf Menschen, die fällt weg. Und Sie sagen, überlassen wir doch den Menschen, was sie selbst tun wollen, lassen wir ihnen doch die Freiheit, aber ich bin immer noch neugierig darauf, was meinen Sie, wie das Gesellschaften verändert, denn das ist doch sicherlich die wesentlichste Frage. Es ist eine schöne Idee, aber wie würden sich tatsächlich, was wären die Auswirkungen auf unsere Gesellschaften, wenn wir so etwas tun würden? Sie sagen, es wird bunter, kreativer, das klingt alles sehr schön, aber was könnte sich ausbilden, was meinen Sie, würde sich tatsächlich konkret ausbilden an sozialen Strukturen anders? Okay, kommen wir direkt zur Sache jetzt. Kommen wir direkt zur Sache. Es geht um Verantwortung. Es geht um Verantwortungsfähigkeit und Verantwortungsfähigkeit ist etwas, das wir jedem Menschen zuschreiben sollten, heute aber nicht tun. Wenn wir die Existenz von Bedingungen befreien, ziehen wir dieses Tuch, diesen Schleier, der heute über die Verantwortungsfähigkeit von jedem und jeder liegt, weg und setzen die Verantwortungsfähigkeit in Kraft. Darum geht es. Fühlen Sie das Gericht aber aus? Fühlen Sie das noch ein bisschen aus für uns? Ist dem noch etwas hinzuzufügen? Ich hoffe, ja. Also man kann es erläutern. Jemand, der etwas tut, was er nicht will, ist doch nicht in gleicher Weise zur Verantwortung zu ziehen und in Verantwortung als jemand, der etwas tut, was er will. Also müssen wir doch Verhältnisse schaffen, wo die Menschen das, was sie tun, auch wollen, weil dann können sie verantwortlich sein und wir können sie zur Verantwortung ziehen. Jemand, der etwas tut aus Existenzgründen, was er nicht tun würde, wenn er nicht müsste, was wollen wir diese Person verurteilen? Das ist ein schwaches Argument. Also das ist der Punkt. Es ist ein sehr schwaches Argument, aber genau das ist interessant zu sehen, was passiert mit einer Gesellschaft, wenn man die Menschen verantwortlicher macht, wenn man sie freier macht, wie Sie ja sagen. Wenn man sie nicht mehr zwingt dazu, etwas zu tun, was nicht sinnvoll ist, was sie nicht wollen, wenn man ihnen erlaubt, ihr eigenes Leben mehr zu gestalten. Aber sehen Sie, Herr Blom, in Ihrem Satz, also wie Sie jetzt den Satz bilden, vermute ich, Sie sind immer noch in der Position, dass wir das für die anderen machen würden, sie freisetzen. Aber das funktioniert nicht. Wir können nicht die anderen freisetzen. Deshalb sind vielleicht auch einige dieser Aufklärungsexperimente gescheitert. Das bedingungslose Grunderkommen ist eine Ermächtigung zur Selbstermächtigung. Freiheit kann man niemandem geben. Man kann sie auch nicht kaufen. Man kann nur sie nicht behindern. Und jeder und jede muss sie selber ergreifen. Und das können wir nicht befehlen. Man kann es nicht befehlen, aber Sie sind das lebende Beispiel dafür, dass die Initiative muss hier irgendwo herkommen. Die Initiative? Ja, irgendjemand muss die Initiative ergreifen, das tatsächlich, so eine Volksabstimmung zu machen oder das in eine Demokratie einzubringen. Das heißt, irgendjemand steht am Anfang davon. Ja, immer. Und jeder Mensch steht von etwas am Anfang, mindestens von seiner eigenen Biografie und ist ein Gestalter. Und das sollten wir doch in Blick nehmen, in den Fokus nehmen. dass die Menschen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. In den Diskussionen, die sehr kontrovers sind um das bedingungslose Grundeinkommen und ich liebe es, mit Gegnern zu sprechen, dann lassen die ja ihre Argumente ab und dann frage ich dann manchmal, okay, aber sagen Sie jetzt mal, was ist dann so gefährlich? Also die sagen, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, die Menschen werden unsozial, egoistisch faul werden und dann frage ich nach, was ist denn so gefährlich daran, eine Existenz von einem Mensch, die Existenz der Menschen zu sichern? Möchten Sie darauf antworten? Stellvertretend ist es weniger eine Frage als eine Unterstellung und ich würde nicht glauben, dass es etwas sehr Gefährliches ist, aber die Frage ist aber schon, warum tun wir es noch nicht? Ja, ja schon, klar, es ist, wissen Sie, es ist eine, was steht noch im Weg? Ich habe das Gefühl, Sie verstehen nicht ganz, wo ich hin möchte, denn es geht mir eigentlich nicht darum zu sagen, ich halte das nicht für eine gute Idee, es geht mir darum zu sagen, ich finde es spannend zu sehen, was mit Gesellschaften passiert, wenn wir Menschen befreien von diesem Zwang und ich meine, die Idee, dass dann alle Menschen kreativer werden und alle Menschen Verantwortung für sich selbst ergreifen, klingt sehr schön, klingt auch etwas laiv. Jetzt haben Sie so einen Unterton. Ja, ja, den habe ich jetzt auch bewusster reingelegt. Aber was ist das? Von woher kommt der? Was ist das? Das ist interessant. Kreativer werden, irgendwie Staffelei mit einem Bild drauf, oder? Aber von woher kommt der? Das klingt so ein bisschen nach Hippietraum, das Ganze, ja. Warum denn? Kreativität ist doch etwas ganz anderes. Kreativität kann etwas ganz anderes sein. Vielleicht ist es auch kein Fehler, dass Menschen tatsächlich vor dem Fernsehsitzen und Chips essen wollen, wenn sie das mit ihrem Leben tun wollen. Ich glaube nicht, dass dann alle Menschen die Kreativität in sich entdecken würden. Aber vielleicht ist es ihr gutes Recht, das nicht zu tun. Abgesehen davon ist es eine Frustreaktion, oder? Also wenn man wahrscheinlich neun Stunden oder acht Stunden am Tag etwas tun muss, was einem keine Befriedigung gibt, in dem man keinen Sinn sieht, kommt man nach Hause, sitzt aufs Sofa, nimmt diese, wie heissen die, diese Chips, oder? Macht ein Bier auf, macht die Glotze an und schüttet das Bier noch über die Trainingshose, oder? Aus Frustration am Leben. Also stehen wir doch weg vom Schlauch. Auch im Konsum, auch im Konsum. Schauen Sie mal, was haben wir für Qualitäten in den Konsumprodukten. Wir haben zum Teil sehr gute Konsumprodukte, aber wir haben auch viel Junk. Und viele Menschen, ich beobachte das, ich unterstelle es niemandem, gehen aus Frustration konsumieren, um sich Ersatz zu belohnen, weil die Arbeit, die sie tun, wahrscheinlich keine Befriedigung gibt. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich Sie jetzt so weit provoziert habe, dass wir der Sache näher kommen. Nämlich, Sie sagen, Menschen wären weniger frustriert. Menschen hätten vielleicht gar nicht das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, so zu handeln, so zu leben, wie sie das jetzt tun. Und das sind Hoffnungen, die sie haben, sicherlich. Das heißt, deswegen frage ich mich, wissen Sie, was mich am meisten, ich bin kein Volkswirt, ich bin eine Art Philosoph. Das heißt, wie sich eine Gesellschaft verändern könnte, wenn wir so radikal anders über Arbeit nachdenken. Das interessiert mich. Und das ist das größte soziale Experiment, was wir in unseren Gesellschaften machen könnten. Das ist jetzt aber ein großes Wort. Meinen Sie nicht? Doch. Es wird öfters gesagt jetzt. Und deswegen interessiert es mich, Ihre, sowohl Ihre Hoffnungen als auch Ihre Befürchtungen zu hören, die werden Sie ja auch haben, darüber, was dieses Grundeinkommen mit einer Gesellschaft tun könnte. Sie sagen, vielleicht tut es gar nichts. Gut. Das mag sein. Aber wenn Menschen tatsächlich eigenverantwortlicher würden, wenn sie tatsächlich weniger frustriert wären, was würde das für eine Gesellschaft bedeuten? Also wir hätten sicher weniger Neid in der Gesellschaft. Ich frage Sie das zum Beispiel auch. Und das ist heute ein Problem. Das sehen wir ja aktuell. Wir haben eine Neidgesellschaft. Und wenn wir das verringern könnten, ich glaube, das wäre nur gut. Ich habe vergessen, Sie werden es mir sagen können, in welcher kanadischen Stadt, ich glaube, es war sogar in Montreal, wo dieser begrenzte Versuch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen gemacht wurde für einige tausend Menschen. und eine der interessanten Nebeneffekte war, dass weniger Menschen krank wurden, dass weniger Menschen ins Spital kamen, dass die Gesundheitskosten heruntergingen. Das wäre zum Beispiel eine praktische Folge davon. Logisch. Ich wollte diese Aspekte Ihnen nicht vorbeten, sondern die... Beten Sie. Beten Sie. Nein, eben nicht. Eben nicht. Weil das passt eigentlich nicht zum bedingungslosen Grundeinkommen. Wir wollen nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, man weiss dann diesen tollen Effekt, den tollen... Wir wollen das gar nicht verkaufen. Das bedingungslose... Wir wollen gar nicht dafür werben, für dieses bedingungslose Grundeinkommen, weil... jedes Mensch muss selber das in sich aufrichten, dass er das möchte. Deshalb möchte ich gar nicht Werbung betreiben. Jetzt sagen Sie, jeder Mensch muss. Ich hätte sagen sollen, wird. Also, Sie zwängen mich ja in dieses Muss, weil ich verweigere mich ja jetzt das Blaue vom Himmel runterzubeten, oder? Weil ich es falsch finde und weil ich es richtig finde, dass das nur bei den einzelnen Menschen, in den einzelnen Menschen stattfinden kann. Eben nicht muss. Kann. Was mich eigentlich am meisten an dieser Idee fasziniert, ist die Tatsache eben, dass wir tatsächlich unsere ganzen Gesellschaften, unseren ganzen Tugendbegriff auf eine Art von Arbeit aufgebaut haben, auf eine Konzeption von Arbeit aufgebaut haben, die uns zu denen gemacht haben, die wir sind. Das wird uns von früher Kindheit an eingetrichtet. Dass wir Dinge tun müssen, damit wir etwas bekommen. Und dass diejenigen, die das nicht tun, das sind die Faulen, das sind diejenigen, das sind die Schmarotzer, das sind die Dummen. Das würde sich ändern. Und ich glaube, damit würde sich was ganz Entscheidendes an unserem Menschenbild ändern. Und das möchte ich eigentlich mit Ihnen etwas erkunden. Ja. Was sich da passt, was sich da tut. Wir würden weniger manipulierbar, oder? Sind Sie mit mir einig? Würden wir weniger manipulierbar? Ja, wenn wir das Geld schon haben, dann sind wir weniger manipulierbar, oder? Ich weiß nicht, es reicht ja nicht wirklich zum Leben. Ich mache wieder den Link zur Verantwortungsfähigkeit, oder? Aber ich meine, diese 1000 Euro, die reichen ja nicht wirklich zum Leben. Ja, aber wir hätten weniger Existenzangst. Das bedingungslose Grunerkommen ist ein Angstfresser, könnte man sagen. Und jetzt können wir philosophieren, was würde das bewirken, wenn wir in der Gesellschaft weniger Angst hätten, und wie gesagt, weniger Neid. Wie würde das wirken? Wie sieht dieser Garten aus in Ihrer Vorstellung? Idyllisch sieht er aus in meiner Vorstellung. Die Frage ist natürlich, ob dieser Garten, ob sich da nicht alle möglichen Unkräuter hochschießen würden, die wir noch nicht kennen. Ich dachte jetzt, Sie sagen, das würde wahrscheinlich zu Persönlichkeitskrisen führen. Es würde sicher zu Persönlichkeitskrisen führen, wenn man Menschen ihren konstituierenden Selbstbegriff wegnimmt, aber das wäre vielleicht in einer Generation oder vielleicht schon in zehn Jahren überwunden. Diese Krise wäre also eine Chance. Die Krise wäre sicherlich eine Chance, ja. Und ich meine, wir sollten sie herbeiführen. Wir sollten die Krise herbeiführen, dass jeder Mensch sich selber fragen muss, warum bin ich eigentlich da, was will ich eigentlich, was sind mir eigentliche Ziele, um nicht zu sagen, die vorgeburtlichen Entschlüsse. Und damit jetzt noch mehr Hoffnung zu verbinden, ja. Also sicher weniger manipulierbar, weniger erpressbar wären wir. Wir wären mehr auf uns selbst gestellt. Wollen wir das? Das ist eine gute Frage. Ich meine, heißt das, dass im Prinzip der Verantwortungsbegriff unseren Arbeitsbegriff ersetzen würde? Jetzt sind wir gezwungen zur Arbeit, dann wären wir gezwungen zur Verantwortung. Die Verantwortung würde in Kraft gesetzt. Auch nicht ganz, aber in der Tendenz wären wir mehr in die Verantwortung gesetzt, ja. Das klingt sehr schweizerisch. Ja. Das ist aber gar nicht konservativ, was ich jetzt sage, es ist sehr progressiv. Nicht alles, was nicht alles in der Schweiz ist sehr, sehr konservativ. Direkte Demokratie ist sehr progressiv. Die beste in Europa, kann ich Ihnen empfehlen. Wir sollten das zu Hause mal ausprobieren. Ist das Ganze also eigentlich eine Verschiebung von Arbeit hin zur Verantwortung, wenn es darum geht, wie wir in einer Gesellschaft funktionieren, wie wir in einer Gesellschaft sind? Ja, es ist eine Befreiung der Arbeit, das habe ich pathetisch jetzt gesagt. Es geht um die Befreiung der Arbeit, sodass die Arbeit sich selbst sein kann, dass das Motiv zur Arbeit die Arbeit selber ist, dass das Fremdmotiv des Geldes, was uns immer auf Abwege eigentlich schlussendlich bringt, dass das weniger zum Zug kommen kann, weniger wirken kann. Sie waren noch in der Mitte des Satzes, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Dass das Fremdmotiv, die Fremdmotive weniger wirken können. dass intrinsische Motivation gestärkt wird. Meinen Sie, das wäre einfach für Menschen? Wie gesagt, das könnte zu Persönlichkeitskrisen führen. Es könnte sein, dass die Scheidungsrate steigt. Es könnte sein, dass die Jugendlichen... Das hat sie übrigens in diesem kanadischen Modellversuch auch. Es könnte, also Mann weg, Grundeinkommen bleibt, könnte man sagen. Der Mann ist nicht für das Grundeinkommen, deswegen konnte man... oder in der Schweiz Schnee weg, wegen der Klimasache, Grundeinkommen bleibt. Ja, das ist wichtig, die Skigebiete, oder? Der Schnee ist weg, was macht man dann? Ja, auf einem Grundeinkommen kann man auch nicht Skifahren. Sie können dann nicht Skifahren, ja, aber Sie haben eben dann ein Einkommen, damit Sie dort in diesem alten Gebiet leben können, weil dort gibt es eigentlich Arbeit ohne Ende, aber nicht unbedingt Erwerbsarbeit, die bezahlt werden kann. Und dann könnten, müssten Sie vielleicht, könnten Sie im Bergdorf bleiben, wenn Sie dort geboren sind, müssten nicht in die Stadt drunter gehen und dort ihr Glück versuchen, dann könnte die Arbeit in den Bergen gemacht werden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, einfache Einrichtung. Ich möchte, glaube ich, einige Fragen aus dem Publikum einladen. Wir haben noch Zeit für einige Fragen von Ihnen. Das Mikro ist tatsächlich hier, es wurde mir versprochen, es sei hier, das Versprechen wurde gehalten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen, also wenn Sie sehr skeptisch sind, wenn Sie es völlig ablehnen, wenn Sie absolut enthusiastisch sind, dies ist Ihre Möglichkeit, das mit Herrn Haini zu diskutieren, ihm Fragen zu stellen oder einfach Beiträge zur Debatte zu liefern. Wer möchte anfangen? Es gibt hier ein schönes Mikro, der junge Mann hier, nehmen Sie es direkt, dann... Guten Abend. Ich habe eine Frage und zwar, wie kann man dieses Konzept dann unter die Leute bringen, wenn man nicht dafür Werbung machen sollte, was ich verstehe. Und es ist eigentlich die Frage bei jeder dieser großen Ideen, wie man Menschen zu ihrem eigenen Glück überzeugt. Ja, Werbung, okay, man kann es ja bekannt machen, man kann ja darüber informieren. Und Ihre Initiative tut das sehr nachdrücklich, Sie drucken das größte Poster der Welt, das so groß ist wie wie viele Fußballfelder? Ein Fußballfeld, glaube ich, also enorm groß. Genau, also ich komme noch darauf, aber ich will die Frage versuchen zu beantworten, ich meine, dieses Überzeugen wollen, also schon wieder etwas den Menschen überzustülpen, das möchte ich eher zurücknehmen, weil dieses bedingungslose Grunerkommen diese liberale, diese urliberale Geste drin hat. Sie müssen schon Überzeugungsarbeit leisten, oder? Ja, aber lieber, indem wir Fragen stellen, als Antworten geben. Und dieses Plakat, das nennt man die sokratische Methode, das ist, das haben Sie richtig erkannt, das macht man auch in der Schweiz. Und tatsächlich dieses Plakat, was Sie jetzt erwähnt, haben wir, wir haben das gestern gestartet, wir wollen das Größte, wir wollen einen Weltrekord aufstellen, nämlich die Größte Frage der Welt ins Guinness Buch eintragen lassen. Und die Größte Frage der Welt, wir stehen auf dem Größten Plakat der Welt und das ist 6600 Quadratmeter groß, das Größte Plakat der Welt. Wo wird das aufgehängt? Das wird in Bern, kann auf einem Fussballfeld ausgebreitet werden, gerade unter dem Bundeshaus, so dass wir ein schönes Bild machen können, mit der Größten Frage der Welt vor der Bundeshauskulisse. Und wenn wir dieses Bild gemacht haben, werden wir dann aus diesem Plakat Taschen machen und Rucksäcke, Fragetaschen und Fragerucksäcke und diese Taschen und Rucksäcke können Sie jetzt schon vorbestellen, dann werden Sie auch Mitträgerinnen oder Mitträger der Größten Frage der Welt. Das war jetzt ein Werbe... Eine Werbeeinschaltung. Eine sehr legitime... Und das können Sie machen auf der Crowdfunding-Plattform Startnext. Startnext. Nein, Startnext. 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 Entschuldigung, meine unmögliche Aussprache. Nur, dass die Leute diese Plattform auch finden. Ja, größte Frage der Welt. Sie finden es im Internet. Wer möchte noch eine kleine Frage der Welt stellen? Wollen wir noch mal nachfragen? Bin ich jetzt auf Ihre Frage eingegangen? Ja, mehr oder weniger. Also, mehr Fragen stellen war Ihre Antwort, oder? Ja. Super. Bitte, da hinten war eine Hand. Ja, warum wird es weniger Neid geben? Ich meine, es gibt ja immer noch Unterschiede. Die Leute haben nicht gleich viel und ich kann ja auch jemandem was neidisch sein, was nicht auf finanzieller Grundlage beruht. Naja, weil die Existenz schon mal gesichert ist, oder? Schauen wir mal nach Deutschland. Da gibt es ja dieses Hartz IV. Und dieses Hartz IV, das ist ja das Gegenteil von bedingungslos, ist auch zu tief angesetzt. Und das hat bewirkt, dass der Niedriglohnsektor sich noch weiter ausbreiten konnte, weil es noch eine Klasse unter dran gibt, die Harzer. Und das hat den Neid noch verstärkt, oder? Ich möchte eigentlich Ihre Frage noch mal aufgreifen und auch ein bisschen verschärfen. Ich meine, Neid ist normalerweise eine Funktion, sagen Soziologen uns, von dem sozialen Umfeld. Man will das Bessere haben als der Nachbar. Das würde sich dadurch nicht ändern. Das würde sich wahrscheinlich nicht ändern, aber es wäre eine andere Grundlage. Die Basis wäre gegeben der eigenen Existenz. Und wenn Sie eben auf einem sicheren Boden stehen, dann müssen Sie wahrscheinlich weniger neidisch auf die gucken, weil Sie haben ja das, was Sie brauchen, oder? Also ich würde es gerne ausprobieren. Es ist ein Versuch wert, aber ich meine, Neid ist, glaube ich, so eine menschliche Konstante. Ich gebe nicht gern, es ist nicht an mir, ein Versprechen abzugeben, wie das dann genau sein wird, sondern ich kann ja das auch nur als Frage sagen, würde das nicht vielleicht diesen Neid, der heute so hässlich in unseren Reihen grassiert, würde das nicht vielleicht das ein bisschen weniger machen, ein bisschen heilen, wenn jeder und jede seine Existenz bedingungslos gesichert hätte? Ja, aber kann ich kurz noch was dazu sagen? Ich meine, es gibt ja genug Leute, die jetzt vielleicht nicht nicht unbedingt Existenzängste haben, aber trotzdem neidisch sind. Ja, ja. Also das Neidargument, das ist... Ja, von wo kommt, was ist dann das, was denken Sie, von wo kommt der Neid? Warum sind wir neidisch aufeinander? Ich frage Sie. Mangelndes Selbstbewusstsein? Ja. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Flüchtlingsdebatte anschauen, glaube ich schon, oder? Da haben Menschen Angst, die hier in Anführungszeichen paradiesischen Zuständen leben, wenn jetzt Flüchtlinge kommen, die aus gutem Grund kommen, würden ihnen was wegnehmen. Hören Sie manchmal das Argument, dass Leute sagen, wenn wir das haben, kommen noch mehr Flüchtlinge, die denken dann, hier ist alles umsonst? Genau, das werden natürlich, solche Sachen, solche falschen Phrasen werden gesagt, ja, das stimmt. Da spürt man das auch. Es würden dann alle Ausländer kommen. Also in Österreich wären das die Deutschen, oder? Wir sind die größte nationale Minderheit hier, ja. Wir sind Menschen mit Migrationshintergrund hier, das ist ziemlich klar. Aber ich meine, in der Schweiz ist das noch eine andere Frage, denn es gibt viel weniger neue Schweizer, als es neue Österreicher gibt. Ja, also die Schweiz hat, in der Schweiz leben 23 Prozent Ausländer, das ist glaube ich der höchste Wert in Europa. Das sind aber hauptsächlich, auch da eine Menge Deutsche? Sehr, ja, zum Glück. Zum Glück. Ja, ich bin sehr froh für alle, die in der Schweiz sind. Haben wir noch eine Frage? Da hinten sind gleich mehrere Fragen. Hochgereckte Arme. Und dort ist auch eine. Wir können das Mikro erst mal dort lassen. Danke sehr. Ich bin für diese Idee. Ich finde es auch vielleicht unvermeidlich. Ich wollte eine eher praktische Frage stellen. Würde es nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zu Inflation einführen, zu Inflation führen und dann würde das noch, würde das nicht das Einkommen selbst sozusagen auslösen? Gibt es keinen problematischen Kreis in diesem Sinn? Ja, ich verstehe Ihre Frage. Das wäre der Fall, wenn das bedingungslose Grundeinkommen ein zusätzliches Einkommen wäre, wenn es mehr Geld wäre, dann würde es zu Inflation führen. Aber das ist nicht so. Das Grundeinkommen ist kein zusätzliches Einkommen, wie ich das schon vorher ausgeführt habe. Dort war noch eine Frage. Noch zwei Fragen. Ja, ich habe auch eine pragmatische Frage zu dieser wunderschönen Idee des Grundeinkommens. Ab welchem Alter soll so etwas gehen? Ab Geburt, ab Volljährigkeit, ab wann immer. Wie ist Ihre Idee dazu? Ab Geburt bis zum Tod, im konsumfähigen Alter. Bitte? Man soll viele Kinder machen. Warum? Dann gibt es mehr Geld. Haben Sie Kinder? Ja. Ja? Und ist das Arbeit? Oh ja. Ja? Oh ja. Dann hätten Sie auch mehr Arbeit dann. Danke. Das ist ja der Paradigmenwechsel des Grundeinkommens. Heute arbeiten wir, damit wir ein Einkommen haben. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen haben wir ein Einkommen, damit wir arbeiten können. Bitte schön. Wer will denn dann die Jobs machen, die einfach sehr unangenehm sind? Wer macht dann die Drecksarbeit? Das würden Sie dann machen. Oder? Wie denken Sie? Das ist eine ganz wichtige Frage. Mein nächster Gedanke wäre dann, es müssten unangenehme Jobs besser bezahlt werden, damit die Leute, damit zu sagen, wenn die persönliche Motivation, wenn die ethischen Gründe nicht funktionieren, dass die finanziellen Gründe dann funktionieren. Genau, dann würden diese Arbeiten, die ja heute sehr unfair bezahlt werden, deshalb nennen wir sie vielleicht auch die Drecksarbeiten, die würden wahrscheinlich dann fairer bezahlt. Das wäre ein, ich meine mit Drecksarbeit nicht schlechter. Das wäre ein positiver Effekt des bedingungslosen Grunderkommens, dass wir nicht mehr unfaire Löhne haben für Drecksarbeiten. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Sie haben das auch schon erwähnt, dass ja alle Arbeiten, die man jemandem zuweisen kann, alle Arbeiten, alles was man berechnen kann, das werden wir in Zukunft sowieso nicht mehr als Menschen machen können und die, die negativ drauf schauen, sagen dürfen, sondern das werden Roboter, Algorithmen, Computer für uns machen. also wahrscheinlich werden viele dieser Arbeiten, die Sie jetzt sagen, die Drecksarbeiten, wer macht die denn noch, die werden wahrscheinlich wegrationalisiert. Und das bedingungslose Grunderkommen würde dafür sorgen, dass das eine Erfolgsgeschichte ist und nicht eine Tragik. Und heute ist es eine Tragik, Sie haben das schon, schon die Perspektive aufgemacht, wie viele Hunderttausend, wie viel Prozent der Erwerbsarbeit wird ohnehin in den nächsten Jahrzehnten wegfallen. Und die dritte Möglichkeit, die finde ich die spannendste, das ist die philosophische, wer macht dann die Drecksarbeit, die ich für wichtig halte, dass sie gemacht wird. Ja, wenn ich sie wirklich wichtig finde und wirklich sinnvoll finde, ja dann müsste ich eigentlich, wenn ich konsequent bin, mit meinem Denken, sie selber tun. Man müsste doch dann aber unterscheiden und sich entscheiden zwischen etwas, das man für wichtig hält und etwas, das man gerne machen will. Also wenn es notwendig ist, dann müssten Sie es tun. In dem Fall müsste man dann die Verantwortung über die Begierde stellen. Müsste, müsste, müsste. Vielleicht wäre das eine Folge, dass Verantwortung eben einen besseren Startplatz hat. Danke. Eine Frage können wir noch nehmen. Ich glaube, da war hier an diesem Tisch, haben sich noch zwei Menschen gemeldet. Da das nur ein Tisch ist, gilt das nur als eine Frage. Ja, danke. Was ich jetzt noch sagen wollte, war im Hinblick auf die Flüchtlinge, die angesprochen worden sind. Und da wäre, wenn diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens wirklich ernst genommen wird, und zwar hoffentlich in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz, sondern grundsätzlich weltweit, dann würden wir diese Migrationsströme zum Beispiel von Haus aus unterbinden können, denn es verlässt niemand seine Heimat gern so zum Spaß, wenn er dort genauso leben könnte, wie wir uns vorstellen, dass man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen existenzfrei, existenzfrei, ja, angstfrei leben könnte. Also das heißt, es wäre eben da schon ein wesentlicher Punkt, diese Geschichte exemplarisch mal in der Schweiz einzuführen, das wäre mal toll, und dann schon langsam zu verbreiten, Land für Land, Europa diskutiert die Idee sowieso, ganz intensiv bereits, und weltweit gibt es Basic Income Earth Network, das im Juli, dann in Seul die nächste weltweite Konferenz zur Einführung des weltweiten bedingungslosen Grundeinkommens. Es ist komplett strukturiert, auch in Österreich gibt es einen runden Tisch, der darüber arbeitet, in der Schweiz jetzt sowieso, in den anderen Ländern auch überall, in Europa ist es koordiniert, weltweit ist es koordiniert, es wird es schon werden, wir müssen nur schauen, dass es losgeht. Das war jetzt Daniel Hennig. Es wird schon werden, es wird schon werden, das klingt so ein bisschen wie wir schaffen das, aber meine Frage ist eigentlich, ich möchte Ihre Frage aufnehmen, oder es war ja eigentlich eine Wortmeldung, und ich möchte daran eine Frage knüpfen, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen etwas, was nur in entwickelten Wirtschaften funktioniert, wo tatsächlich so viel Produktivität ist, dass man das zurückschütten kann, oder ist es tatsächlich ein Modell, was sich darüber hinaus denken und anwenden lässt? Ich glaube, letzteres, und es gibt ja auch Beispiele, Sie haben es schon erwähnt, in Afrika, in Namibia, gibt es ein Grundeinkommens-Pilotprojekt, da hatte man übrigens ein ganz kleines Dorf, sehr schlechte Zustände, viel Armut, Kriminalität, Kriminalität, Alkoholismus und so, also richtig schlecht dran, dieses Dorf, da hat man quasi von heute auf morgen ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt, aus kirchlichen Kreisen hat man das finanziert. Aber ist das nicht ein kleines Problem an der Geschichte? Ne, ja, also gut, was wäre das Problem? Dass mit korrupten und kleptokratischen Regierungen sich das Grundeinkommen schwieriger finanzieren lässt, und dass natürlich eine Kirche ein Pilotprojekt finanzieren kann, aber dass es etwas anderes ist, als die politische Realität in so einem Land, das dann auch tatsächlich durchzusetzen. Ja, aber Sie haben jetzt nach einem Experiment gerufen, oder? Und jetzt wollte ich das sagen, also das gibt es, dieses Experiment, ist das vergleichbar mit hier, ist nicht vergleichbar, aber dort geht es tatsächlich. Also es hat sich gezeigt, diese Menschen haben ihre Kinder wieder in die Schule geschickt, sie haben eine lokale Ökonomie aufgebaut, da gab es einen Deutscher, der hatte dort einen Laden, der hatte einen Monopol, dann konnten die sich einen kleinen Lieferwagen mieten mit dem Grundeinkommen, in die nächstgrößere Stadt dort einkaufen und einen zweiten Laden eröffnen. Die Menschen kamen wieder in Arbeit, das hat sich sehr positiv ausgewögt, sogar in so einer mistlichen Lage. Und deshalb ist das Argument, was vorhin aufgeblitzt ist, ah, wir könnten vielleicht die Migrationsströme doch auch beeinflussen, indem es an anderen Orten bereits ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, ist richtig, allerdings Krieg ist nochmal was ganz anderes. Ja, und ich meine, tatsächlich dieses Grundeinkommen, das verlässt sich auf so etwas wie Rechtsstaatlichkeit und existierende Institutionen und relativ wenig Korruption und so etwas. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist dieses Modell, glaube ich, sehr schwer zu realisieren. Ja, erst direkte Demokratie, dann Grundeinkommen. Also Namibia wird schweizerischer. Wollten Sie auch noch etwas fragen? Bitte sehr. Ja, ich wollte fragen, oder vielleicht hier auch noch ein paar Fragen, die aufgetaucht sind, aufnehmen. Und zwar, also das eine ist der Neid der Menschen. Er müsste sich aber nicht immer auf Geld beziehen. Er könnte sich darauf beziehen, dass ein anderer Mensch sehr mutig ist, dass er sehr für die Leute sich einsetzt, auf Persönlichkeit. Und da könnten wir sehr gut konkurrieren miteinander, ohne dass es jemandem schadet. Und ich denke, Sie haben auch erwähnt, so zwischendurch, ja, und die Wirtschaft hat keine Verwendung mehr für die Leute. Und kann man nicht die Frage umdrehen und sagen, der Mensch hat eben keine Verwendung mehr für diese Art von Wirtschaft? Naja, da Sie das mich fragen, ja, natürlich. Ich meine, man könnte diese Frage umgehen. Ich wollte nur eine Ausgangssituation schildern und die ist tatsächlich, dass wir in unseren Gesellschaften weniger und weniger menschliche Arbeit haben werden, menschliche Erwerbsarbeit haben werden. Und dass wir deswegen damit in irgendeiner Weise umgehen müssen. Wir müssen dafür eine soziale Lösung finden. Und die Lösung ist nicht, dass wir 50 Prozent Arbeitslose haben, die durchgefüttert werden, sondern die Lösung muss eine andere sein. Insofern, natürlich haben Sie recht, aber ich glaube, die Ausgangssituation ist ganz einfach. Uns bricht die Arbeit weg. Ja, aber die Lösung könnte ja... Genau, ich möchte erzählen, ich möchte euch berichten, kürzlich kam ein Roboter zu uns ins Kampagnenlabor in Basel, wo wir die Volksinitiative vorbereiten. Und der kam und hat uns erzählt, wie es ihm geht. Nämlich hat er erzählt, dass er ja sehr gerne arbeitet, erstens. Zweitens, dass er das sehr gerne tut für uns Menschen, weil wir Menschen haben ihn ja geschaffen. Und jetzt, er hatte ein Riesendilemma. Nämlich, jetzt würde er doch ganz fleissig Tag und Nacht übrigens, ohne Einkommen zu bekommen dafür, arbeiten. Und jetzt hat er bemerkt, dass er damit anderen Menschen die Existenz wegnimmt. Und das beschäftigt ihn sehr. Er ist ein hoch anständiger Roboter. Ja, das sehen Sie, die sind zum Teil noch moralischer als wir Menschen. Das beschäftigt ihn sehr, weil so macht ja seine Arbeit keinen Sinn mehr, weil er will den Menschen dienen. Und jetzt nimmt er den Menschen die Existenz weg. Und dann haben wir vorgeschlagen, dass er sich halt organisiert mit den anderen Robotern. Und die bilden jetzt eine Roboter-Gewerkschaft. Und diese Roboter-Gewerkschaft, international natürlich, wird am 1. Mai jetzt dann eine Roboter-Demo organisieren in Zürich, in San Francisco, End of Labor Day, in New York, wahrscheinlich in Berlin, vielleicht in Wien. Daniel Hähne, ich werde mich sehr bemühen, diesen Roboter hier einzuladen, als Gast, um uns zu erzählen, darüber, wie es mit der Roboter-Gesellschaft gegangen ist. Ich bin mir auch sicher, jemand in Hollywood hört zu und denkt sich, da ist doch irgendwo ein Film drin. Aber wir schauen alle gespannt auf die Schweiz, um zu sehen, was mit dieser Volksabstimmung wird, wie es gehen wird. Ich möchte Ihnen dafür herzlich danken, dass Sie gekommen sind. Und ich möchte Ihnen sagen, dass das Buch von Daniel Hähne draußen auffliegt und er auch gerne Exemplare signiert. und wir haben wie immer die Mailing-List draußen. Das heißt, geben Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie darüber informiert werden wollen, was sonst noch passiert. Und ich kann Ihnen insofern etwas Arbeit abnehmen, als dass ich Ihnen gleich erzähle, was als nächstes Mal kommt. Der nächste Termin ist der 15. April. Und ich freue mich sehr, dass unser Gast dann Kenan Malik sein wird. Kenan Malik ist ein in Indien geborener und in Manchester aufgewachsener Schriftsteller, Autor und Philosoph, der sich sehr viel beschäftigt mit Fragen von kultureller Integration, der aber auch einer der profiliertesten und spannendsten Kritiker des Multikulturalismus ist, den ich kenne, von dem er sagt, das ist eigentlich ein Mechanismus, um Menschen auf ethnische Identitäten festzunageln und die in Gruppen zu organisieren, die in keiner Weise repräsentativ sind für ihre eigenen Ideen. Es wird sicherlich eine sehr spannende Diskussion über ein Thema, was auch in Europa und auch in Österreich immer wichtiger werden wird. Insofern hoffe ich, einige von Ihnen, vielleicht alle von Ihnen, am 15. April hier begrüßen zu können. Und für heute Abend sage ich herzlichen Dank, dass Sie da waren und noch einen schönen Abend. Applaus Vielen Dank.